Hallo, mein Name ist Thomas Hofer und ich bin der Ombudsmann der Stadt Graz. Heute möchte ich euch etwas über die Grünschnittoption erzählen. Erstmalig neu könnt ihr auch im Herbst in der Zeit von 1. bis 26. November euren Grünschnitt kostenlos an folgenden Örtlichkeiten entsorgen. Im Recycling Center in der Sturzgasse, auf der Deponie am Köglerweg und bei der Firma E-Gärtner im Wasserwerk. Danke! Musik